Hallo zusammen, ich bin der Arthur Hegele und unterrichte im Spirulosen-Sommelier von der Gastro Suisse. Wir sind da heute in der Oak Bar, wo Thelma Juck arbeitet und in dieser Location werdet ihr einen Tag verbringen mit Cocktailmixern. Ich würde mich freuen, wenn ich euch alle im Jänner im Kurs sehe und bis bald!